Neuermann sonst könnten sie unterschießen es ist der Wettbewerb das ist ja auch die sich erst machen zu meinen Zuschauern Nessie kommt so ein bisschen ich bin eben auch Kahn er war ich hin zu ihm schicken soll so das ist kein Scheißbauer ja ich bin hier beim Turm gehandelt ich komme nachher ich komme nachher ich bin bei mir ein bisschen das ist natürlich normal weil ich spiele ja ich schicke aber nicht warum ich gerade auch der Mensch bekommt ich glaube es kann sein weil ich dieses Luftpolterding zu spielten und es hat einfach drei Leute ich hab geschissen macht ihr beide einfach schicken ja der eine was er hatte 22 HP als vor die Kirche von Dagenbesucher und der Perfekt 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 Kirche oder ich weiß es war hier schießt ich höre schützt Schüsse ich höre Schüsse boah mein Deutsch ist so richtig schlecht geworden Hi Flo ich muss es bei den Kommentaren aufpassen Prozent wo ich mein Handy stelle er hat geholt Prozent er waren in Umbuds oder er ist nicht er ist nicht er ist nicht ich komme ich komme ich habe es schon verstanden mein deutsch ist so schlimm gerade nicht nur gerade sondern in den letzten Tagen auch noch ich muss mal nach draußen gehen zur Schule gehen mit deutschreden Stuttgart gut ja Jo ich brauche die Rösschen die Rösschen mit Okina Klingel die Verlust die 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 das das ja werde vor allem die ein Gott kann kein doch haben doch er lächelt sich hier und reich auch schmachhaft was sie die jünger hat sich ein grüner er das ist was er aus er war auch gleich wohl Neues die Zolle kommt oh scheiß die kommt jetzt schon Kacke wir sehen uns nicht wieder anstieg hier ist man mit Künzen mit Kitzel mitnehmen ja 2 so dass ich sie werfen ich habe keine Ahnung von uns ich bin mit Teilen und steigen Kontikten aber schnell 9 das war eine Frage ja ich habe schon vorher ich finde es ist einfach Danke. Nicht aber muss ja mal muss das ja machen. Der ist einfach so scheiß, also von Holzen so ist ja alles noch easy, aber der hat total und dann ist einfach so fast gar nichts. unruhig okay ich habe mich irgendwie mir erschrocken ich erschrecke mich über jeden scheiß ja da war ich bin er ich war auf der mauer und dann bin ich runtergefallen und ich habe ich habe dieses ding nicht gesehen ich hab da bin ich halt darauf gewohnt es sind ja ich hab mal ja durchschädigt ich hab ein Schildes nicht jetzt in der Ecke an das Wichtigste nicht zweifelst du machen sie bauen Sturz Sturzpolster ich hätte können er ist das schon da ich glaube ich glaube ich komme jetzt zu bekommen danke aber pass auf die zone auch Möcke verpisst sich alter ja man ich habe ich habe ich habe ich okay auch die welche geben musst du das mit den Bomben nachdem wie ich es auch nichts die welche die Wäsche doch einer reich von der Leuchte und der Leuchte irgendwas das ist gut Prozent ich habe ich verantwortlich oder ich auf dem Tun gehen und weil ich zurückkommst du und die diesmal nicht auch zu tun uns zu tun ja oder auch aber er sei nicht so weit weg bei dem es zu tun er ist gut das ist vielleicht zu mir zu kommen um du bist schon recht weit weg und zu zu mir kommen wenn es nicht zu tun ich wollte sofort rein nein sie noch zu viel zu empfinden in so viel verletzten nur eine reihe ich weiß was auch auch ok 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 ich hab's ich hab's verstanden sagt es ist so ich sag nichts zu ich habe nicht das hat Spaß gemacht die Erfahrung ist meine PS so heiß ich hab's das ist so mit dem zweiten Freitag war ich meine ganze Familie so angeln haben sie nachdem gemacht ich wurde einfach hinten an meinem Rücken so an der Schulter am Rücken der ich gut durch Löscher hat von Mücken einfach zehn Mücken Stiche auf einer Stelle oder Jungen aneinander als man sich mit so noch P90 durch Löscher mit der es ist kann es heißt und wie ich 2 1 0 und wie ich ja ich hab ich hab's nicht verstanden auch die Scheiße ich habe den Chat gefällt Was ist daran so schlimm? Nein, 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 nichts, 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 alles gut, alles gut. Versteht's falsch. Welchen Chat, hä? Warum hast du keine Bonesdinger mehr? Ja, ich hab ähm, eins genommen. Bin mir bei, wegen der Zone. So schlimm? Ja, als ob ich das überlebt hab. Digga, könnte sein, ja. Lass mich stellen, lass mich stellen, wie ich glaub, perpisch. Nimm mich mal, nein, 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 nicht wiederbeleben, nicht wiederbeleben. Weil, lass mich stellen, dann kann, dann kannst du die Sache von mir nehmen. Oh. Ja, ich hab's gesehen. Ja. Äh, ja, hä, 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 hä. Ja, äh, hä, 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 hä. Was soll ich dazu sagen? Nichts mit zum Fach. Kein Kommentar. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. So meinst du, was meintest du den Flo? Äh, äh, und wie du. Ich habe es leider nicht verstanden. Mein Deutsch. Ja, dein Deutsch ist gerade komplett scheiße. So am Wagen. Mein Deutsch am Wagen. Boah, mir ist voll warm. Das ist wegen der Pläne ist. Ich könnte schützen. Hast du auf Öffentliches vorhanden, tritt den Ball. Würde liegt der. Not ist ganz neu. Du hast würde geschrieben, nicht wurde. Sie hat mit, würdest du wie so... Haaaaaaah. Wieso? Lärst du mich ein? Ich habe eigentlich mal Naschmusiker, also... Also... Meine hässliche Stimme werde ich nicht hören. Haaaaaaah. Zigaretz, das könnte so komisch sein. Ich... Kannst vielleicht eben kurz auf Pause machen und... So? Ist gut? Hallo. Hallo. Ja, hallo. Kannst du mich eben einladen, please? Hä, wie einladen? Ja, was? Ja, was? Bei mir sind die Gegner. Bei mir sind die Gegner. Ich brauche nicht. War well, ja. Wollte ich auch sagen, aber... Stutzpolter! Aber ich brauche sie hier nicht mehr rein. Ich habe eigentlich geschworen, über diese Scheiße zu nehmen. Okay, wo sind denn jetzt die Gegner, die mich abgeschossen haben? Mann hat das, ich will die zugucken. Nicht da? Okay. Mann, kannst du mit einer und schien, ich will die auf großem Bildschirm zugucken. Bitte. Ja, ich habe mich halt schon geschaltet. Kannst du mir vielleicht in die... Öffentlich machen, please? Hä, du bist schon in der Gruppe? Hä, nein. Doch, hä? Hä? Oh, jetzt habe ich eine Einladung gekriegt. Hä, ich bin nicht bei euch. So, jetzt. Lol. Capri-Sonne? Also, ich wohnen. Wenn ich jetzt einen Sieg schaffe, ne? Ja, dann rass dich so aus. Ach ja, du kannst leider mir keine Sachen schenken, ne? Nein. Was hast du mit den Scheiß zwei Voran nicht gemacht? Du hast dein Vater nicht Bescheid gesagt, ganz zwei. Keine Ahnung, Alter. Keine Leute. Und dann überlegen, äh, weißt du, was geil wäre, wenn man irgendwie alle Skins, die man in seinem Spintab verschenken könnte. Damit ich einfach, äh, alle, alle meine Sachen, da wäre mein Kontolevel und so, zwar weg, aber dann würde ich einfach alle Skins, äh, von meiner E-Mail auf mein, äh, wo meine E-Mail ist, auf meinem Account aufhangen, damit ich, äh, da halt den Account aufhabe. Kannst du mal bitte immer ausführen, kannst du mal mit dem Buch in der Sonne reinfahren, bis du kommst, was passiert. Hm, nein. Hm, nein. Hm. Hm. Hauch zu heulen. Danke. Danke. Können wir jetzt einfach nur verstecken und warten. Können wir jetzt hier richtig viele Leute sagen, so, ähm, können wir jetzt mal so flöten weg. Hey, 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 komm mal links, komm mal links, 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 da wo die Sonne ist. Digga, ey, da war gerade irgendwas Großes. Link, links, nochmal links. Ey, da ist ein Boot, rechts. Hä? Digga, are you dumming? Komm nach unten, da bist du nach unten. Ich will mich ja einfach nur, äh, jetzt, äh, da ist ein Boot oder so. Ich ruller Boot. Oh, moin. Kann man's auch machen, ne? Ey. Ich muss gucken, ob, äh, schreibt. Nein. Schön warten. Es ist zwar langweilig für die, äh, Zuschauer, aber... Ich kann hier ein bisschen reden. Ne? Guck. Okay, ich hab, ich viel Glück. Muss ich ehrlich sagen. Äh, Jessica? Ja? Äh, ich muss auf, äh, meine Eltern überlegen sich, ob ich gleich mit meinem Zwiebeln kommen kann. Deswegen. Okay. Okay, dann halt bis morgen. Beste Taktik. Ja, äh, das, äh, ist ne gute Taktik, ja, ich weiß. Ich geh mal eben kurz was gucken. Ich geh mal eben kurz was gucken. So, ähm, ich warte jetzt mal ein bisschen, so ein bisschen. Ne? Zunde kommt jetzt auch noch. Ne? Ne? Das kennt man doch. Okay, dann bleib bei mir. Ich freu mich. Dann bleib ich ja nicht so alleine. Wäre ich aber alleine geblieben, dann wäre ich, äh, einfach ausgegangen. Hätte ich einfach ausgemacht, ja. Weil alleine, alleine spielen macht einfach keinen Bock, so. Finde ich jetzt. Du, 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 du. Ja. Hör auf, hör auf zu tanzen. Hör auf zu tanzen. Hör auf zu tanzen. Hör auf zu tanzen. Oh nein, 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 die Zone. Oh, komm schon. Hä? Nein, ich kann mir die nicht mehr verstecken. Oh, es ist jetzt ein 1 gegen 1. Okay, die geht knapp, ne? Äh, ich holte sie nicht auf. Ah ja. Musst du aber leider. Leider. Ich weiß. Ich kenn das auch gut. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich schenk den einfach so ein Sieg, weil es sind eh so ein Duo und deswegen schenk ich den Sieg. ja und zwar der Blatt ist auch nicht schlecht ja ich war alleine in Doro ich mach mal was danke ich mach jetzt mal Solo jetzt ein bisschen Solo und ja oh ich wollte einen anderen Remote nehmen naja ich muss ja nicht so lange warten und ich wollte mal ein Profi-Bild haben und ich weiß nicht wie das so aussehen so oh oh Dank naja so schön ist eigentlich manchmal jetzt nicht also würde ich jetzt nicht sagen darf nur gucken ja ok finde ich eigentlich ganz gut oder nein ich bin sicher ich weiß nicht ob das jetzt so spannend ist wie ich jetzt äh verrecke aber naja mal gucken ne ja das stimmt oh nein oh nein da gehen viele Gegner hin viele Gegner ja ja ich hab sogar keinen Bock auf die ne ne dazu das ich das ist zu verreken ja die die das und zwar ähm die der Schlau von mir Ja, das schaffst du mir. Was macht ihr noch so? Ich werde so jetzt gleich ausmachen. Vielleicht noch ein bisschen mit meinem Freund schreiben. Und ja, ein bisschen TikTok gucken und schlaufen. Es ist schon spät. Es ist 22 Uhr 22. Und was macht ihr so? Könnte keiner schreiben, wenn ihr möchtet. Ich weiß ja nicht. Bester Tanz, Alter. Die Musik ist geil, ja? Die Musik ist geil. Ich finde die Musik geil. Kannst weiter. Kannst weiter. Hey, Logi. Logi. Logi stoppen. Ne, guckst du mir zu oben. Macht Spaß. Wo soll ich landen? Könnte ich das gerne schreiben. Und wenn ich es nicht schaffen, könnte ich das schreiben für die nächste Runde. Ne, ich finde es nicht. Ich bin bei Schleppelern. Mein Mann ist vollständig. Rechtzeitig. Rechtzeitig, äh. Er schreibt ja. Aber sonst könnt ihr schreiben, was sich in der, ähm, nächsten Runde, wo ich in der nächsten Runde landen soll. Achso, ich lande jetzt bei... Ja, okay. Ich lande jetzt bei Ja. Ich geh doch lieber bei Weeping. Hier sind so viele, gar keine Gegner, so. Überhaupt keine Gegner. Ja, okay, 1, 2, jetzt so, aber sonst nicht. deshalb weit flogen was war das die ganze von anfang mal sehen ob ich ein schönes heraus bekomme darf ich den essen wo darf ich den essen ich nehme ich die scheiße mit habe ich den essen nein danke ich habe das ist jedenfalls mal ich habe nur noch einer zu durch die kraft an ich weiß ja nicht ich bin die kürze die kürze 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 Das ist ein... Ich glaub das ist kein Bock. Gott, also hört sich nicht so an. Jo, wo bist du denn? Hada! Das wäre easy. Bock jetzt weg, achso. Alles gut. Guck mal, Ohr juckt. Das muss ich gerne durchsuchen, danke. So, das ist wieder da. Noch einer. Noch ein Gecko. Und den ist auch ein Butter. Ich weiß ja nie. Der greift mich an, der greift mich an. Oh Mann, geil. Boah, wie ist voll warm. Oh. So. Ähm, Flo, du kannst... kannst du entscheiden, ähm... in welche... also wo ich landen soll. Ob du das, äh, sagen möchtest, kannst du sagen. Wär ganz cool. Ich glaub ich mach nur noch ein, zwei Runden, dann mach ich, ähm... aus. Und, äh, das Film bin ich auch. Also wenn ich ausmache, dann... äh... natürlich mach ich dann... das Film aus. Sollte, okay. Mach ich. Mal sehen, wie lange ich noch überlebe. Nein, ich habe den Fischi getrunken, äh, ja, getrunken ich. Natürlich kriegt man auch Fische, ne? Ich habe den Fischi getrunken und ich kann jetzt nicht die Minis nehmen. Oh. Ich bin gerade voll am Schwitzen. Ist hier noch jemand? Ich habe eine Los geht es. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Und Moritz ist, glaube ich, nicht mehr da, oder? Weil der andere, glaube ich, nicht mehr und, ja. Wer noch nicht da ist, schon. Kannst du mich, kannst du mich ja, mir ja zu gucken? Oh, soll ich das den Leuten zeigen, was bei der Agency passiert ist? Und zwar war da ein neues Event und die Agency ist ganz schön kaputt gegangen. Du bleibst auch da. Okay. Pot Milch. Ich spiele auch noch eine Runde. Nur noch eine Runde. Und fahr' ich. Oh, da war jemand. Oder da ist jemand. Guck mal nach. Das ist ein Heli und kann sein, dass da jemand ist. Ein Heli liegt da nicht einfach so. Ich glaube, da ist jemand. Oder war jemand. Gucken. Okay, der Heli ist ganz schön kaputt. Und ich sehe hier weit und breit keine Gegner bis jetzt. Das sieht eigentlich voll geil aus. Aber, ah, guck mal, da ist jemand. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen, oh mein, doch, mal schauen, ob der reagiert. So, ja. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Okay, ich war eben kurz nicht da. Und man kennt's ja. So. Ich mach noch eine Runde, dann mach ich aus. Leider. Was, was, was ist das denn für ein Noob? Okay, ne, ich take die Kill gegen Skow. Okay, okay. Ich hab' ich wohl gesniped. Ja, ich geh' ihm mal den Kill. Ich hab' ich wohl gesniped. Okay, 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 ich hab' ich wohl gesniped. Ja, das stimmt krass, mega geil aus. Ja, das war der beste Spiel, ich glaub das war sogar besser als Ninja, glaub ich jetzt so. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, besser als du. Ja, auf jeden Fall. Ja, der war auf jeden Fall besser als ich, also könnte sein, ja, könnte sein. Ich hab ihm ne Chance gegeben, aber es war ein Bot. Oh Gott, die muss jetzt mal so ne Mutzung gesloten. Hä, der hatte so eine Eier, hä? Oh, hehehe. Ja, der hat so eine Eier. Mal gucken, ob ich den Till kann. Die Tür war offensichtlich hier auch ein, deswegen... Okay, das ist ein echter Spieler. Nein! Okay, okay. Puh. Na? Nein! Mir geht's zwar ein bisschen dumm von mir, dass ich in das Haus gegangen bin. Ja, das war die letzte Runde. Leider, ne? Leider. Leider, leider, ja, leider. Ich... äh, geht's... ähm, schlafen oder schreibt noch ein bisschen, bleibt noch ein bisschen Mandy und dann gehe ich schlafen. Es ist gerade 22 Uhr 38. Und... Es ist ein bisschen spät, ja. Es ist ganz schön spät, ja. Ich, äh, mach das jetzt aus. Leider, leider, ja. Leider. Eigentlich tschüss. Tschüss. Hat Spaß gemacht.